Moin moin leute weiter geht's mit Lords of the Fallen Da ja mein Astropod gelegentlich gescheiter ist Gebe ich mir diesmal ein bisschen mehr Mühe Ich muss das mal ein Bonbon reisen So, genau, hier haben wir ja dann stehen geblieben Diese Kreaturen kommen immer wieder Alles Wo? Ja Ja WTF Ist hier los? Dann habe ich da vorne schon gekehlt Gut Dreimal gestorben Ach so Okay Die Fischer kommen also alle wieder wenn ich sterbe Was? Alle? Aber die Schlüssel hatte ich noch Gut zu wissen Da ja Ja Seite flavors Mäus Sauchern oder was? Alles klar Sieht fast so ein bisschen aus Jaaau Ok Ich kriege gleich meine Platz verpasst Jetzt müssen wir erst mal gucken ob wir uns hier irgendwie was verbessern können Nö Jaa lecker Das ist natürlich Richtig nice Richtig nice Jaa ok So Richtig alt Wunderbare Leertaste Und ich fang wieder hier an Wenn ich nicht mal gegen den Noob hier vorne schaffe Achso ok Maus hart ist quasi fixieren Jaa Jaa Abgehen wir schnell So So dann töte ich jetzt alle nochmal Dass ich EP bekomme Vielleicht Kommen wir ja ein Level ab So Dann Dann Bringt mir nichts hier Wenn ich die ganze Zeit für weg So Achso Ach du musst noch bei den Todes gehen Oh Dann muss ich ja mal einen Bot schlucken Jetzt werden wir jetzt gekriegt Energiespilter Ok Ok Achso Achso Scheine kann ich gerade kaputt machen Wer Hä Schnell Cool Da ist sogar was drin Ja Ich spüre da auch Ah ne Feuerwiderstand Ok Das könnte uns natürlich Nützlich sein Gegen den Typ So Oh Die Fische sind ja überhaupt nicht Oder Es ist in mir Und es verändert mich Mein Schädel Die Knochen bewegen sich Sie wachsen Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an Eher wie Flüssige Finsternisse Es ist in mir Anderen Schädel Es ist nicht was passiert Erst lässt das Augenlicht nach Dann folgt der Verstand Bruder William Bruder Peter und ich werden nicht zulassen Dass die Krankheit uns überwältigt Wir wählen den Tod Bevor er uns wählt Hm Ok irgendwie ein Soundpack Bruder Es ist ein Bastelt komplett aus Mit einem Kischblütter Oh das muss noch mal so ein Vieh sein Die ganze Zeit löschte die Geräusche Das gibt es nicht. So, wir haben uns vorhin schon. Ach ja, oh ne. Das ist doch ein Meteor. Ich will nicht schon wieder sterben. Hallo. Ich habe einen Drang eingeschmissen. Ich bin wieder. Ich drücke Leertaste. Er macht nichts. Ich kann wieder von vorne anfangen. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Die wollen mich doch verarschen irgendwie, oder? Mach da nichts. Das ist doch ein Tor. So, da müssen wir jetzt so eine scheiß Energie, Feuer stellen, was auch immer. Feuer wieder stand. So stehen anderen Tipps hier nochmal. Ich konnte auch keine Schwierigkeit einstellen hier bei einem Spiel. Ich weiß es nicht. Wenn man das schaffen soll. Wenn man das schaffen soll. Dann muss man schon am Anfang 50.000 abhalten. Dann hat man doch gleich gar keinen Bock mehr. Ich weiß es nicht. Da kann man aber auch nichts einstellen. Heute hat der Einstellung, Anzeige. Keine Spielanstellung, nichts. Also... Weiss ich nicht. Beweich, ich kann mich auch nicht. Diesen kennen nur kurz. Ich fülle ja die Fischer aber an und die machen mich irgendwie nur platt. Warte. Wann steh's nicht? Steinen vorn her. Ich will das im Fang einschmeißen. Hier oder woher? Jetzt ist da, jetzt ist natürlich keiner mehr da. Was ist deine Erfahrung wieder erlangt? Aha! Okay. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt haben wir einen Energiespieler. Gut. Also, zweiter Part. Nichts wirklich weiter erreicht. Nichts wirklich weiter erreicht. Nichts wirklich weiter. Hoffentlich wird besser. Bleibt dran. Bis dahin. Tschau.